Wie heißen die Bösen Wölfe? Ich bin Manilk, ich bin YouTuber und Twitterer, Snapchatter und alles Blöcke. Ich engagiere mich so, aber hauptsächlich digital. Also ich gehe weniger auf die Straße und mache da irgendwelche Sachen, sondern das, was ich mache, ist eher online. Und denken Sie, dass jetzt mit dem Internet, also vielleicht das Engagement der Jugendlichen, gefördert wird oder eher zurückgeht, da sie nur noch Zeit eher im Netz verbringen als draußen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Interesse bei viel mehr Leuten wird geweckt, sich an Diskussionen zu beteiligen. Ich sehe allerdings auch ein bisschen die Gefahr, dass Leute glauben mit einfach mal kurzem Tweet absetzen oder so ist schon alles getan. Also ist so ein zweischneidiges Schwert.